Ja, ich wollte heute noch kurz was erklären, wie wir, jeder von uns, der etwas Großartiges in die Welt bringen möchte, wo ich denke, dass da einige hier sitzen, die sowas vorhaben, wie ihr euer Projekt, das, was euch am Herzen liegt, energetisch in einen Schutzkokon hüllen könnt, mit einem bestimmten Prozess. Der kommt aus der indischen Tradition, also eher geeignet für Leute, die da jetzt nicht Vorbehalt haben, ein Mantra, mit einem Mantra zu meditieren. Aber für alle, die sich darauf einlassen können, so etwas, was es schon seit Jahrtausenden gibt, einfach zu nutzen, wo dieses starke Feld zu nutzen, wo wirklich weise Menschen in der Meditation das empfangen haben und das schon zig, also tausendfach erprobt ist, dass es klappt. Wer sich darauf einlassen möchte, es gibt ein Mantra, mit dem man einen Prozess machen kann, wo man so ein gelbes Schutzband sich machen kann, so einfach einen gelben Baumwollfaden mit seiner Meditationskraft aufladen. Ihr wisst ja vielleicht, das war jetzt schon öfter Thema, alles Materielle ist eigentlich nur ein Gedanke. So kann man also auch einen materiellen Baumwollfaden aufladen, als kraftvollen Gedanken. Und den bindet man sich dann ums rechte Handgelenk und wird dann immer wieder mit dieser Energie verbunden aus seiner Meditation. Das Mantra lautet, ich wollte das eigentlich hier an die Wand werfen, aber ich sage es jetzt einfach mal und ich sage auch noch mal meine Internetadresse, wo ich das nochmal erklärt habe. Das Mantra lautet, Om Maha Papa Prakshalana Sai Shakti Raksha. Leicht zu merken. Ganz gut. Und wenn euer Projekt jetzt nur was kleineres, das ist ein wichtiges Gespräch oder so, dann reicht es, wenn ihr diesen Faden für 10 Minuten damit aufladet. Wenn ihr jetzt was Großes vorhabt, irgendwie, was weiß ich, im Bereich freie Energie oder irgendwo, wo ganz starke Kräfte auch wirken, die dagegen sich vielleicht richten könnten, dann empfiehlt es sich, diesen Prozess zu machen, das drei Nächte hintereinander aufzuladen, jeweils drei bis sechs Stunden. Und das ist eine intensive Zeit. Wenn ihr mit diesem Mantra, mit eurem Fokus meditiert, werdet ihr all die Gedanken beobachten können, eure Zweifel, eure Ängste, alles was in euch schon dagegen spricht, dem werdet ihr begegnen und ihr werdet das alles abschütteln und euch wieder aufs Mantra konzentrieren, so dass diese Kraft, diese mindestens neun bis achtzehn Stunden fokussierte Aufmerksamkeit habt ihr dann bei euch. So lange, bis euer Projekt in der Welt ist. Ja, das war eigentlich schon der wichtigste Tipp. Ich hatte für gestern eigentlich noch einen Tipp in Bezug auf die Mutter. Das ist auch ganz einfach. Es gibt ja den einen oder anderen, der dann nicht ganz in Frieden ist mit seiner Mutter. Und auch nicht mit seinem Vater oder mit einem von beiden. Und zwar ist es ganz einfach. Ihr stellt ein schönes Foto von eurer Mutter, wo ihr ein bisschen das Herz aufgeht oder aufgehen könnte. Je nachdem, es gibt ja wirklich die verschiedensten Erfahrungen. Zündet eine Kerze an und dann verneigt ihr euch vor eurer Mutter und berührt mit eurer Stirn den Boden. Ihr könnt euch auch noch vorstellen, das ist halt indische Tradition. Ihr berührt die Füße eurer Mutter, die Fußchakren sind ganz wichtig in der indischen Spiritualität. Und sagt einfach, Mutter, ich vergebe dir alles, was zwischen uns war. Bitte vergib auch du mir alles, was je zwischen uns war. Und macht das für 21 Tage lang. Zum Beispiel jeden Abend vorm Schlafengehen. So lange, wie es sich gut für euch anfühlt. Und bis ihr es wirklich fühlen könnt. Bis ihr die Liebe spüren könnt. Und da könnt ihr so viele Probleme in eurem Leben einfach mit abschütteln. Wenn ihr diese Verbindung heilt. Und das gleiche, wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr nach 21 Tagen auch mit eurem Vater machen. Im Prinzip könnt ihr das mit jedem machen. Dem ihr ein Problem mit eurer Mutter an. Weil das ist einfach die Person. Ohne die wärt ihr nicht hier. Wenn ihr mit der im Clinch seid, seid ihr mit eurem eigenen Körper im Clinch. Und dann könnt ihr schon den ersten Punkt von Marvion, glaube ich. Könnt ihr abhaken, Körperbewusstsein. Wenn ihr eure Mutter ablehnt, lehnt ihr euren Körper ab. Ganz einfach. Ja. Und... Das war's eigentlich schon. Das war's auch so. Vielen Dank. Das findet ihr auf der Internetseite auf dem Prozess nochmal, weil ich hab jetzt wieder mal alles vergessen. Deshalb hab ich's ja extra nochmal auch aufgeschrieben dort. Bevor ihr das umbindet nochmal duschen und während der Zeit kein Fleisch essen während der Tage und so. Solche Sachen stehen da alle nochmal. Das sagst du ja doch mal. Äh... Abholen. Äh... Ja. Ja. Ganz vielen Dank. Vielen Dank, dass wir uns wieder sammeln und vielleicht das mitnehmen, was gerade gesagt worden ist. einen kurzen Beitrag nochmal von Yoga das. Vielen Dank. Danke. 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 Amen. 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 Amen.